Ja Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Blanz vs. Zombies. Wir spielen den Ingenieur in der Elektriker-Variante. Meine erste Runde mit ihm. In der Hand haben wir den Volto-Blast. Eine sehr coole Waffe. Wir machen damit einen richtig dicken Flächenschaden. Erstmal hier das Megafon hin. Wir sind schon dabei, den Garten zu übernehmen. Mitten ins Match reingesprungen. Wow, direkt hier noch einen Kill gemacht. Oh, da fliegen sie, die Bohnen. Der Großangriff der Pflanzen. Können wir durchhalten? Da hinten wird Popcorn gemacht. Da oben auch noch eine Drohne. Ich bin ganz verwirrt. Aber der Punkt hier gehört uns. Okay, wenig Lebensenergie. Alles klar, düsen wir los. Da hinten können wir den Teleporter ready machen. Und ich würde sagen, wir springen auch direkt in die Drohne rein. Dass wir hier ein bisschen rumfliegen. 33 Prozent. Aber ich war ziemlich angeschlagen. Okay. Wir stellen uns hier hin. Hier ist eine gute Stelle. Und Abflug. Immer schön ins Zentrum. Da drinnen lungern sie alle rum. Der Anschlag kommt. Yes. Da holen wir einiges weg. Da holen wir einiges weg. Dreier-Serie. Direkt hier mal eine Dreier-Serie. Und diverse Pflanzen eliminiert. War ein sehr schöner Schuss. Der Ingenieur gefällt mir. Meisterangriff. Ich finde es ja auch ziemlich gut, dass wir so einen hohen Flächenschaden haben. Man sieht es ja da hinten. Ich treffe wirklich alles. Vierer-Serie. Volto-Blast. Wir nuken wirklich alles weg. Fünfer-Serie. Leute, es läuft. Es läuft richtig. Der Ingenieur. Der King. Einfach hier in die Menge feuern. Und schauen, dass man einiges wegholt. Na los. Gib ihm. Yes. Sechser-Serie. Wir sind voll dabei. Wir sind wirklich voll dabei. Megafon. Und da gehen wir down. Aber eine Sechser-Serie. Sehr schön hier die Punkte mitgenommen. Ja, den nächsten Punkt sollten wir kriegen. Der Teleporter steht. Das Team ist gut. Wir können ja auch hier mal mit der Drohne wieder ein bisschen rumdüsen. Noch ein bisschen halten. Der Anschlag muss kommen. Immer schön hier ins Zentrum. Es geht los. Egal. Der Anschlag ist durch. Haben wir Glück und holen irgendwas weg? Sehr schön. Der nächste Punkt wurde eingenommen. Krallen wir uns die Sonnenblume. Renn, kleine Sonnenblume. Renn. Fallen auf den Boden. Boah, machen wir Damage. Es ist so cool. Sogar noch da hinten weggeholt. Nein. Eine Bohne. Direkt neben mir. Aber der Ingenieur Elektriker-Variante gefällt mir übelst gut. Macht ziemlich viel Laune. Werde ich wahrscheinlich öfter spielen. Na komm, die Falle hier noch weg. Ein bisschen Punkte mitnehmen. Gratispunkte. Und Megafon. Alle sind benommen. Und gut, da hinten sehen wir den Teleport. Schön hier in die Meute reinfeuern. Nein, 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 nein. Kommen wir durch. Oh, da hinten ist irgendwo was. MG-Apps oder so. Ah, wir werden hier so gut getroffen. Jetzt oder nie. Deckung geben, Leute. Deckung geben. Ich bin voll dabei. 100 Punkte bekommen für den Teleporter. Megafon dahin. Yes, Leben gerettet. Extrem Leben gerettet. Und dafür gestorben. Schauen wir mal rein. Wie sieht denn die Lage aus? 13 Kills. Nicht übel. Kann man sich reinziehen. Wir sollten hier nochmal die Drohne nehmen und einen Eimer-Zombie holen. Alles klar. Los mit der Drohne. Ein bisschen Support. Nein. Wer war das? Die andere Drohne. MG-Appse. Direkt neben mir mit einem Prozent. Was für ein Gauner. Was für ein Gauner. Lungert der da rum? Und holt mich weg. Der war irgendwo da hinten. Aber ich wette, der ist entweder tot oder schon weg. Na komm, wir nehmen hier die Falle weg. Und wieder down. Acht Prozent. So leichte Kills. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der ist bestimmt hier noch am Leben. Aha. Mein Erzfeind. Serie gestoppt. Ich hab's gewusst. Dass der irgendwo hier noch rumrennt. Na komm, benommen gemacht. Und jetzt zerlegen wir ihn. Wow, 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 wow. Nachladen dauert so ewig lang. 27 Prozent. Ja gut, wir haben wenig Munition und das Nachladen dauert ein bisschen lang. Das sind so die Nachteile hier bei ihm. Aber ich denke mal, wenn wir Verbesserungen kriegen, geht das Ganze ein bisschen schneller. Und wir machen so viel Damage. Ist schon irgendwie cool. Wenig Leben, wenig Leben. Im Teich. Wir gehen baden. Elektro und Wasser. Wir alle wissen, gute Kombi. Bisschen hier wieder in die Masse reinfeuern. Megafon da hinten hin. Ewiges Nachladen. Oh, der ist beinahe down. Vorlage bekommen. Ich hab wenig Leben. Wenn der einmal zubeißt. Hui. Bin ich tot. Einmal Zombie. Auf jeden Fall. Komm schon, ein Kill geht noch. Zweier Serie. Oh yes. Der Kill eben gerade hat richtig viele Punkte gegeben. Der war gut. Der war sogar sehr gut. Zwei Minuten. Die Zeit sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Immer schön hier in die Massen feuern. Voltso Blaster. Die beste Waffe aller Zeiten. Nach der Delfinkanone. Die finde ich noch ein kleines bisschen besser. Alles klar. Stürmen wir rein. Da fliegen schon wieder die Bohnen. Egal. Wow. Wir sind ja schon bei dem Anwesen. So schnell. Und ich wette, wir machen ziemlich gut Punkte. Wir können ja mal reinschauen. Wo sind wir? Platz 3. 18 Kills. Kann sich sehen lassen. Düsen wir los. Richtung Teleporter. Wow, 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 wow. Kokosnüsse. Verschwinde. Oh, nein. Zwei gegen ein. Wie unfair. Ich wollte den Teleporter. Er ist ganz wichtig hier. Wenn man den hat, schon so gut wie gewonnen. Na komm, wir machen eine Wiederbelebung. Oder auch nicht. Ich wollte es. Der Wille zählt. Und ich wollte sozial sein. Aus dem Weg. Ah, der steht schon. Gut. Irgendwas hier hinten treffe ich sogar. Den Schnapper eventuell. Na, die erhalten hier die Stellung. Wir holen da drüben die Kanonen weg. Nein, da werde ich gefressen. Habe aber noch einen getötet. Was man nicht alles tut für sein Team. Der erste ist schon drin. Der zweite ist drin. Mann, Mann, Mann. Die Zombies hier sind richtig gut. Und Mais schlag. Moment. Gehen wir mal hier hin und nehmen auch die Drohne. Was die können, können wir auch. alles klar wieder einer drin drei von fünf wir machen hier mal ein bisschen die verteidigung down den pilz hier weg holen die sonnenblume will uns zerstören wo ich hab ein hp krasser scheiß hatte ich noch nie so was sieg sieg auf ganzer linie nein 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 macht er irgendwie stehe ich nie da vorne wow 12.000 punkte kann sich sehen lassen und wir sind platz vier geworden 19 kills schon wieder einiges an münzen zusammen ja war ein cooles game ich denke den elektriker werde ich noch öfter spielen macht auf jeden fall richtig laune schreibt mir in die kommentare wen ihr als nächstes sehen wollt wie immer danke fürs zusehen und tschüss sch Bis zum nächsten Mal.